Aus der Pokalsensation wurde leider nichts. Wien Wiesbaden verlor sein Zweitrundenspiel gegen den FC Schalke 04 am Dienstagabend mit 1 zu 3. Ich glaube, Schalke war schon den Tick besser, die zwei Klassen besser, die zwischen uns dann auch liegen. Nichtsdestotrotz sind wir mit der Leistung der Mannschaft, die sie dann vor allem gegen Ende hin gezeigt hat, sehr zufrieden. Und jetzt sagen wir das Spiel ab, konzentrieren uns ab morgen auf Preußen Münster und hoffen am Sonntag auf ein ähnlich volles Haus. Mit drei Punkten dann. Dabei hatte alles so gut angefangen. Schon Stunden vor dem Spiel pilgerten die Fans gut gelaunt ins Stadion, um ihren Verein lautstark zu unterstützen. Es herrschte eine friedliche Atmosphäre in der ausverkauften Britta-Arena. Auch Wien-Wiesbaden-Fan Dirk war vor dem Anpfiff noch frohen Mutes. Ich freue mich auf den meisten. Erstmal, dass wir die 5-0 geschlagen haben, die Würzburger. Dass wir die drei Punkte mitgenommen haben. Dass wir die Kraft mitnehmen, hoffentlich heute. Und ich halte ja schlagen, ganz einfach. Und ich würde mal ganz frech behaupten, 2-1 für uns, heute Heimsieg. Rund 12.500 Fans waren gekommen, um die zweite Pokalrunde mitzuerleben. Und natürlich wurde auch unter den Wiesbadener Fans auf eine Sensation gehofft. Auch Dierks Freund Ulrich rechnete mit einem Heimsieg. Die große Euphorie beim Drittligisten hielt jedoch nur eine knappe halbe Stunde an. Jedenfalls auf dem Spielfeld. Dann hatten die Hessen den Bundesligisten kaum noch etwas entgegenzusetzen. Aber wenigstens ging die DFB-Pokalreise für SVW in Wiesbaden mit einem Ehrentreffer zu Ende. So hätte er aussehen können. Hoch über den Wolken, selbst unten in der Erde, überall ist Sonnenschrei. Den besten Service und wirklich fairen Preisen werden wir Ihr guter Energieanbieter sein. ESWE. Darauf können Sie sich verlassen. ESWE. Komm!